Jo, was geht ab liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege An diesem Montag wo ich Trauer trage, meine Dallas Cowboys sind raus, Hanfalon gegen Green Bay Packers Das pisst mich an Ehrlich, I am fucking disgusted Ehrlich, ich hab die Schnauze wirklich voll Dann hab ich wieder Technikprobleme gehabt Die Folgen die ich gestern alle gemacht hab, konnte ich alle wieder wegschmeißen Weil irgendwie mein Spielson nicht aufgenommen wird Weiß Gott warum Ey Leute, ich hab ehrlich keinen Bock mehr Ey, ich hab so viel Schnauze voll in letzter Zeit Ey, ich hab so viel Probleme in meinem Leben noch nie gehabt Mit der Technik noch nie Ey, Samuraibe Das ist so dermaßen heftig mittlerweile mit den ganzen Problemen Spielsinn aufnehmen, das aufnehmen, das aufnehmen Ey, ich hab sowas nie gehabt halt Ey, ich hab keine Ahnung Gott muss mich echt mögen in letzter Zeit, ich weiß nicht warum Komm Come on man Oh my god, who the fuck is das Und dann sind wir noch auf dieser geilen Map hier Ja Ich meine was wirklich schief gehen kann, geht schief von letzter Zeit Gut gemacht Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert Die waren ohne Tag da Uhhh Zehn Sekunden bis Einsatz 5 Sekunden bis zum Einsatz Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters Lass mich verscheißern Das ist ein schlechter Winkel Das ist ein gleich so viel besserer Winkel Das ist ein scheiß Winkel, weil er mich hat Kommt Leute, ihr habt das Geht doch rein Wir werden das verlieren Das ist Bereich sichern Geht doch einfach da rein Der ist doch nicht da drin, oder? Was ist denn der? Hä, wo war der denn? Ich verstehe, warum du nicht einfachst da reich Oh Mann Ich glaube das gerade nicht echt Den Raum zerbarrikadieren Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter Er hätte doch einfach nur da reingehen müssen, Mann Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert Ich muss gerade mal überlegen, wo ich hier bin Ups Zugang zerbarrikadiert Keine Sorge mehr, wie der Garant Kaffeele der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert Dwait hatte die Drohne der Gegner an D Danke Und hier Geht und D Diese Reiels Den Kaffeele metropolitan muss це Ich habe nur noch einen Gegner übrig. Okay. Ich kann ja nicht ganz nach draus, das ist ein Problem, sonst würde ich gerne mit Echo rausgehen. Das Problem ist, sobald ich das mache, geht mein Signal den Bauch runter. Äh, ich baue ein bisschen am Winkel. Was ist passiert? Was ist passiert? Komm hier rein. Und der muss trotzdem hier rein kommen. Okay. 15 Sekunden noch 10 Sekunden noch 5 Sekunden übrig So, damit schieß es 1-1. Damit lässt sich wieder ein bisschen mehr arbeiten. Haben wir denn jetzt? Hmm. Die Menzioniere Kapital Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Weiter zum Geo-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Jump! Ich komme ja auch nirgendwo durch. Ja, ja. Haaa! Wo ist mein gesamtes Team eigentlich? Ist hier nicht irgendwo mal ein Cam gewesen? Okay, hier ist alles offen. Da ist auch keiner dahinter. Ähm, wo bin ich grad hinten? Ich werde gerade mega viel movement. Man. Ach, hier ist ja von da geklommen, okay? Wir müssen noch nen Kill haben. Ey, ich mag diese Map einfach nicht. Es ist Montag. Diese Map ist scheiße. Man, die Cowboys sind raus. Es kommt relativ viel zusammen. Nur wenigstens hat Eugenie Bouchard gewonnen. Das heißt, mein Wertschein ist wenigstens am Leben. Hm, 6 0 6 4. Ich nehme das. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Okay, gut. Legen wir los. Scheiße, ich kann hier mal durch. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Das Gerät ist in Position. Gerät wurde aktiviert. Gerät wurde platziert. Ich setze Stacheldraht ein. Ich glaube, ich höre hier irgendwas. Wenn man ziemlich gut ist, kann man nämlich da, wo ich... ... ... ... ... ... Vector! Vector! ... ... ... ... ... ... Wow Holy shit Holy shit No, I mean you, what? I made my thing, this wichser Fahrt zur Hölle Oh shit I made my thing, this wichser Nice Nice We have been able to win with Echo To win To win To win To win So liebe Leute, bedankt mir für's Zuschauen, bis zum nächsten Video, wobei man muss succeed, Spass rein, haut rein, und tschüss 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 Vielen Dank.